Alles meinem Gott zu Ehren in der Arbeit, in der Ruhe. Alles meinem Gott zu Ehren in der Arbeit, in der Ruhe. Auf gewisse Art und Weise ist der Arbeitnehmergottesdienst der katholischen Arbeitnehmerbewegung am 1. Mai auch eine Maikundgebung. Versteht sich doch die KAB als Brücke zwischen dem säkularen Gesellschafts- und Arbeitsleben und der Kirche. Und nach dem Gottesdienst gehört der Frühschirm natürlich dazu. Er transportiert das kirchliche, dann wieder ins weltliche Leben. Musik 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 Musik